Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ESCAPED ISLAND hier Stufe AD und ähm ja Letzte Folge war ja ne, also gestern war ne riesen Mega-Folge Jetzt haben wir ne Gasmaske neu, ne Schrot-Gente neu, die Schalter in der Pistole, sonst ist die Pistole aufgerüstet Also viele Sachen neu bekommen Ja, ich kenn das Spiel ja noch nicht, es ist also quasi ups, äh Gibt's hier jetzt explodierende Zombies, was ist denn das? Also wie gesagt, ich kenn das Spiel ja noch nicht, aber ein Heilmittel für, ähm, Linda finden, komplettes Inventar voll Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende des Let's Plays Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, äh, warum explodieren die denn? Ist wahrscheinlich auch besser so, dass sie explodieren, machen mir kaum Schaden und ich muss dann nicht angreifen Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich weiß nicht, ob's noch viele Folgen gibt, aber bestimmt bald das Ende, äh, oh Was ist mit denen denn los? Oh Kriegen wir jetzt... Kriegen wir jetzt ein Katana? Cool Waffe ausgerüstet? Ne, warte mal, jetzt haben wir sogar zwei Waffen Man kann zweimal eins drücken, man kann sogar mehr Waffen haben Ich dachte, da wird ausgetauscht, aber ist cool Ich hab' einen Katana gefunden, cool, findet die Dateien Irgendwelche Dateien müssen wir suchen Ähm, na klar machen wir das D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d So, hier ist der Plan Ist das ein Plan? Haha Sorry Das ist unterbrechen Beide down Nein Ohne Ton Ich mag jetzt wieder das Spiel Höhöhöhöh AAAAAH Oh nein, zwei, das ist ja Spooky zwei, das ist ja Spooky Oh Oh Yeah Ein bisschen weglocken Oh Ah ja, okay Er hat uns leider erwischt Schade. Ist das Katane jetzt weg oder ist das schon gespeichert worden? Ich glaube, es ist nicht mal gespeichert worden. Nein, es ist noch nicht. Aber die Scheibe dann überhaupt nicht so, dass es gespeichert worden ist. Kann es sein, dass ich gerade falsch gehen wollte? So. Ja, explodiert alle. Tut mir leid. Explodiert alle. Ich lauf einfach mal vor. Ah, da ist unser Katana. Das ist das, was... Das ist das Katana von unserem Ninja-Freund. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir suchen für ihn den Ninja-Freund, für ihr. Den wir am Anfang kennen, aber ich glaube, der ist tot. Wirklich wenig schuld. Ahaha. Oh, perfekt. Oh, schade. Vielleicht finde ich hier irgendwie Schrotflinten-Money. Schrotflinten-Money wäre mega genial. Hat zwar keinen Schalldämpfer, aber... Ich habe das Schracht gefunden. Ts-Juna. Ich habe das Schall gefunden. Ich habe das Schall gefunden. Hm? um tatatatatatatatatatatatatatatatatatatataté echt ciao Oh get up 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 Cool 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 Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Jetzt renne ich mal kurz weg Nachladen So keine Ahnung Ich rede gerade wenig tut mir leid Aber Einen sehe ich da Die sind wahrscheinlich vorhin alle aufgestanden weil ich laut war So geht das geschickt Nur wenn man es nicht weiß dann kann man es auch nicht geschickt machen Oh Nice 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 Geht sie rein Nein natürlich geht sie nicht rein Ah hier vorne geht rein Da finde ich hoffentlich die Karte Oh Oh Nein Das ist nicht du Nicht der 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 Den kann ich jetzt gar nicht haben Ich habe nichts an Muni Und ihr wisst, dass man den so einfach nicht schafft So, Entschuldigung, wenn ich gerade nicht rede Aber ich habe alles so gut geschafft Und jetzt wurde nicht mal gespeichert Und jetzt muss der mir die Tour versauen Ja, toll Ich denke mal, ich glaube, es wurde nicht gespeichert Ja Ich versuche, den gleich schleichen zu töten Jetzt weiß ich ja, dass er da ist Wenn so ein schwerer Fuzzi kommt, dass dort nicht mal gespeichert wird Das ist unfassbar Unfassbar dämlich Ja Ja So Und hoffentlich schaffen wir das jetzt Rein da Und rein da Nice Ich mag das Katana immer noch Ja, guck, ich habe wieder den Fehler gemacht Ja Ja Wie viel ist das denn noch? Oh 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 Viel habe ich nicht mehr an Muni Und einen schaffe ich bestimmt aber ich weiß nicht ob ich zwei schaffe von denen So So jetzt würde ich aber gerne Trotschland Muni irgendwie bekommen Oder irgendwas Oh oh Ich weiß nicht mal wo die Schlüssel Ding ist Ich weiß nicht ob ich die Tür öffnen kann So So Gucken ob ich ihn entkommen kann Ja ich habe wenigstens gespeichert Wenn ich ihn jetzt nicht töten kann ist alles egal Dass ich ihn jetzt nicht einfach so Ah tot ja Aber ich habe wenigstens gespeichert Ich hoffe der Typ ist jetzt woanders Nein Habe ich wenigstens ein bisschen gut gemacht Und das ist es ich habe mit den wechseln immer noch probleme wieder auf und schlafe diesen du hast also eine schlüsselkarte für mich das labor war glaube ich da hinten so der ist jetzt sogar komplett weg nice was habe ich denn jetzt für muni bekommen naja jetzt hierfür habe ich muni bekommen küchenmesser oder für die schrubflinte habe ich muni bekommen ne ich glaube jetzt muss ich woanders lang ah wieder raus nach oben also hier durch ich weiß nur nicht muss ich hier durch oder durch die andere richtung ich glaube hier durch ich glaube hier durch so rein so und jetzt nach oben komm her ein schlag noch und ja er war auch tot geschichte geschichte war der typie das wissen wir doch alle warum ging er in die falle ey die frohse loche ich hab angst ich hab echt angst leute bleibt da liegen wo er steht oh er steht bleibt alle da wo ihr seid so 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 wenigstens wenigstens habe ich einen von den beiden bekommen nice hat mir die sache um einiges erleichtert und der spucki war sowieso gefälliger immer kam auch erst später wie komme ich da durch geht gehts hier lang ja Moment hier war der typie ja auch am anfang ich weiß wo ich hingehe ich gehe genau den weg lang den der typie ähm in der ersten folge bevor das passiert ist lang gegangen ist fand ich noch seine Sachen die er gefunden hat wahrscheinlich muss ich am ende da kam ja so ein fettes Ding ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnert wenn nicht dann geht am anfang zurück guckt euch erste folge sehr empfehlenswert wenn ich glaube ich hoffe ich muss nicht gegen den typie kämpfen ich hab echt angst und wenn doch dann aber erst in der nächsten folge aber ich glaube wir kommen das ende gerade hinzu von diesem letzten play und das schlimm ist dann muss ich mir ein neues Pist zu ausdenken und ich hab so viel vor und ja weiß nicht was ich machen soll haha also jetzt wollen wir duschen gehen hier in die Umkleider was finden wir denn aha ein notebook mit Dateien und bfd wahrscheinlich Wall 않은 afinnert der dieser das Lust machen Und dann komme ich dich zu finden Sicher, es ist nicht zu lange? Niemand hat das genug gejammelt Ich weiß nicht, ob ich mich durch Kannst du mich schreien? Oh oh Genau, nimm den Stick mit Ah, Pause? Ich will nicht Ich will nicht Ich spiele das gleich Ich mache hier, nachdem wir gesprochen haben Eine kleine Päuschen Wie gesagt, also was für ein Päuschen Ich spiele gleich weiter Aber das was jetzt gewackelt hat Seht ihr erst in der nächsten Folge Und wir sehen uns gleich wieder Also bis gleich und tschau Und gleich ist es für euch vielleicht in zwei Tagen, ne? Tschau